Zucken mit Zuhuun Zucken mit Zuhuun So hier sind wir wieder Die nächste Sportartista NBA 2K Das amerikanische A&O Sport Und da sind wir auch schon in dem Gaby Volles Haus hier Zu den Riesen Mit Ray Yes Die Rettmann sind da Feuer gibt's jetzt Ich sag ja du Die würde ich gerne in den Dachdeckerfirma einstellen Die brauchen kein Gerüst, die sind so riesig Der kleinste ist gerade 1,88 Das ist ein Mini-Format So, Schiedsrichterbach ab nach oben Und los geht's Jetzt muss man so kurz mein Team wächst Und dann muss auf Seitenball Also oben So So So, wer spielt denn hier Dallas gegen? Hinten mit Roms Team So 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 Das ist nicht überwunden, das ist nicht überwunden. Das ist nicht überwunden. Sie hat einen Runde mit einem 2-1-1. Das ist wie du in die Quarter endstellt. Das ist gut. Das ist gut. Der erste Futter in diesem Fall. Du hast die Ferocity Smith mit. Especially when he's attacking the rim. You can body him up, but boy, is it hard to stop him. Geeta. And it's the East All-Stars with the ball. Now, here's Westbrook, got a lot of room, and ending with the basket on the assist by Westbrook. Well, the aggressiveness of Russell Westbrook setting up that bucket right there. This guy knows how to find the best shot possible. It's tipped. And it's out of bounds, a man that's able to retain possession here. Extremely fortunate, they didn't lose that. Oh, there's a Witzki here. There's a Witzki. He's been working for a while for a while, yeah? Seit 1997... ...dann 1997... ...dann 1997? Now, here's Witzki. He's been working for a while, yeah? Yeah. 1996, he's been working for a while. And from 1997 to 2018, he's been working for a while. Wow, he's been working for a while, yeah. Yeah, and he's been working for a while. He's been working for a while. But here we can see how he's running and playing. And here's Urban. So, I want to see what he's looking for. Miss Germany! Here! There's the data. There's the data. Jawoll! He's got the shoe-growing line, but he's working for a while. But he's working for a while. Here's Davis. He uses the glass of Venezuela. And that's not the type of defense you want to play, right? You've got to make it more difficult for him. It's too easy. And that concludes the first quarter of play. So, I mean it's outside? Yeah. Now the second quarter getting ready to start up. And guys, what's your take on the Mavericks so far? Yeah. On defense, Dallas. Four-point game. On the court for Dallas here in the second. Matthews and Barnes, they're the way. Nowitzki is out there with Dwight Powell. And it's Barea in at the point guard position. Oh, that didn't go through the foul. Here's Nowitzki. Here is Nowitzki! Nowitzki's got the first points up on the board here in the second quarter for Dallas. And it's the East All-Stars with the ball. Got loose. And it's stolen by Barea. And he plays it up and banks it in. And it's coming easy for them right now. Five baskets in a row. And the fan. Hold it with the ball. Nowitzki with the steal. And Nowitzki. and they play the ball. Manitzki. But I'm done now. This is now the fight. With the Sox showing some outstanding whip on that one. 27 seconds left here in the second Borea against Odi Beal gets a wide open hook Elga with the triple Now here's Matthews Borea kicks to Nowitzki Lets the free fly Six and triple Nowitzki's got 11 And you know what, they've been on a nice run here Had the ability to widen the gap Now they are rolling This is a dominant stretch I am so impressed with how they played together As a unit over this last stretch And Dallas calls their first time out of the game Good night Good night Yeah, it's an eindeutiges Ergebnis And so it's down And so it's down 13 points up at the end of the period Good night Yeah, three points, yeah? Yeah, it's a second half and a second half Oh, können Sie gerne hier die Mädchen tanzen sehen? Ja! Wie zeigen Sie das jetzt nicht? Ja, Sie zeigen das jetzt. Und jetzt kommt die Hälfte noch mal. Achso. Ja. Da sehen Sie es! Sie haben ja auch wieder die Fröhre. Er hat hier so eine heiße Wolle an. So ist es richtig. Alle hier. Rote, roten, weißen. War nichts. Ja, also da kann nichts anbringen bei 17 zu 4. Sehr schön. Das ist ein Pass für Hälfte. Das ist der Dauer Nato. Oh, das! Das ist das! Paulus. Ich bin von 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 Paulus. Das war ein Ball. Das war jetzt Abend. Es ist ein Wichter. Ja, es ist ein Wichter. Ein Wichter. Ein Wichter. Erwartung. Erwartung nicht viel Zeit, wenn man sich ein Wichter. Und die Westall-Wichter machte hier. Rocker ist in. Gau ist auch schon machen. Das war er. Das war der Wettbewerb. Das war der Wettbewerb. Das kommt jetzt auch gut. Aber du spielst Dallas, ja? Ja, ja. Da wurde an mich, dass die Weisen hierher sie überhaupt keine Chance kriegen bei dir. Ja, wieder. Hast du jetzt auch oben oder einfach? Einfach. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. A full key. Smith's got six. And whatever the adjustments, they are looking really good right now. Well, there's no doubt this quarter has been all about them. They've come out hot and they're not showing any signs of letting up. And at the end of the third quarter, a huge lead, and this one may already have ended. And let's go back to a terrific pass that we're calling tonight our State Farm assist of the game. Yeah, great ball movement on the perimeter. Spotted his teammate with room to shoot and then set him up perfectly for the three. The best players understand where their teammates want the ball delivered. And that is a case in point right there. And we welcome you back as we get going here in the fourth quarter. The final quarter of play can change everything. On the court for the Mavericks. They've got Devin Harris. And it's Missouri in a second. Cleaver, no good. They've been a little too casual with the ball out there. Yeah, but you can't force that square peg into the round hole. Often times you just gotta make that first simple pass and get a ribbon from that. But we're not seeing any results here yet. So let's go a bit further. Now's what we're looking for. He's trying to come right back with the three of his own. Is no good. So, I'm sure I can see him. That's 6-7. He's trying to take a look for the drive. Oh, nice speed back time from Jordan ! Ich weiß nicht, ob ich den Spieler wechseln kann. Kann ich gucken, ob es geht? Tut ja nur Witzke wieder rein. Da hat es ja rausgenommen. Und jetzt ist halt jeder der Wettbewerb. Yes. Eigentlich soll er da reinkommen. Hab ich ja so gemacht. Ja, man muss es halt ausprobieren. Wir wollen das Spiel. Ach, der war nicht ganz dründer. Wieso? Kann man nur Outwind sein oder was? Ja, bestätigung. Das ist gut. Das ist die dritte Aufzeit oder die vierte? Nein, die vierte. Yoooo! War ein Treffer! Und jetzt kommt der nächste. Und sie holen auch! Super! Also geht auf! Wir müssen mal spannen gehen. Ich guck's mal. Ich guck's. Das lässt den. Die Witzke von leider nicht mehr rein. Die Witzke. Die Witzke. Hier sind wir noch mal die Einer. Ja, lass mal sehen. Das ist ein bisschen die Fenty. Ich würde es mir schöner finden, wenn die Körper höher angebracht würden. Dass die Riesen sich auch mal stricken müssen. Ja, so, jetzt machen wir die nächste Sportart. Gut zusammen, bis gleich.